Adi, das ist ein Spiel! Du kannst mich mal am Spiel, ey! Fick das Spiel! Ich hab doch keine Hoffnung, mich weiter zu frustrieren! Die Dose ist doch leer! Was soll ich machen? E-Bimster Fun! Oh nein, nicht E-Bimster Fun! Bitte nicht! Kann ich bitte die... Ich spring, glaub ich, direkt einfach in den Abgrund, ey! Ich geh einfach direkt, tschüss! Dieses Level hat mit Fun einfach Null zu tun, Aua! Woher kennst du das, ey? Der hat's von Hinterkunden wissen! Der hat Cheater, weißt du? Solche Leute ruhig nehmen mir das Spiel! Gell, aber... Am Letzten bin ich gescheitert! Au, Asch! Wie schaffst du diesen Kerl? Ich bleib jetzt einfach in meinen Einzelzahlen hier unten liegen, leg mich doch! Mein König! Aua ab jetzt, Junge! Wer bist du hier? Es ist mein Spawn! Es ist mein Spawn! Die Musik ist was denn? Mein Spawn hier! Geh weg! Au, Ab! Junge! Aua! Nein! Das war am Letzten! Ja, da war ich ja auch gerade! Ich bin Badin! Oh, Scheiße! Da war der mir auch, um mich zu geben! Das fällt selber runter! Nein! Nein! Du bringst uns nicht zu was! Oh, so viel verspielte Leben, weil ich am Anfang den ersten Sprung... Äh, weil ich ihn kriege! Fack, 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 fack! Und da! Was ist das denn? Das für ein hektisches Ruka hier, ey! Okay! Scheiße! Ah, nein! So, jetzt sind wir schonmal... Ah, dieser... Fack, Kopf! Zwölf Leben, oder? Hör auf jetzt! Aua! Du tatest den ersten! Aua! Aua! Du tatest den ersten! Aua! Nein, 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 nein! Oh, Mann! Ich verboll! Scheiße, Kopf! Ah, was ist denn hier los? Nein! Nein, nein, nein! Das war letztens! Fitten! Kack! Bei mir ist das... Beim letzten habe ich immer nur noch meinen Kopf und der ist unkoordiniert! Ja! Ja! Smart! Wenn wir im Fall noch ein Bein fallen... Ey, was macht ihr denn? Geh weg, Timo! Ich weiß, du bist das mit dem blauen Hemdchen! Ich kenn dich doch! Nein! Ich muss einfach direkt wegjumpen! Da ist man im Flow! Man wird nicht wieder gekürtelt! Man hat nur noch einen Fall! Man hat keinen Fall! Nein! Ach, scheiße! Denk dich nicht mit mir an, Manni! Nein! Ihr Pimmel! Oh! 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 Das ist aber schon so rutschig! Das geht nicht mehr viel! Oh! Weil ich auch jetzt an den Stringer... Geh weg! Na! Ah! Wer kloppt das ab! Gott! Oh! Oh! Nächst was! Jetzt weiß man wieder das hier! Oh! Nee! 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 Du wille vergeudet, ey! Timo, du hast ja gar keine Beine mehr! Wie sonst ist das denn? Sau, scheiße! Ich hab keine Arme mehr! Keine Arme, keine Kekse! Der bewirbt mich denn mit nem Stuhl! Was für was? Ich hab doch Licht! Komm mal! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ich hatte alles noch beim letzten Sprung! Nein! Ich fahr meine Jump auf den Checkpoint hoch und hab den Kopf nicht weit genug nach vorne gekriegt! Das ist ne Drecks-Map! Sag ich doch! Ich bin auch weg! Ich hab noch zwei! Mal! 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 Ich hab noch 20, warte! Mal! 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 Over! Mal! 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 ja gute richtung gute richtung gute richtung nehme ich so romantisch der wolke war das was war ich was mich weg ich war gar nicht du lässt er was soll das denn du stand zwar mit einem löffel neben mir was soll ich machen das sind die dinger die blasen wieder platzen auch hör doch mal auf mich ständig runter zu schubsen blöd auf springen geht auch nicht ich hab's das aber so auch nicht doch 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 ich habe eben geschafft ja den ersten haben wir auch ja toll danke diese blasen sind echt asozial auch geben wir aus dem weg timo der selbe zu blöd zu springen bist dann hau wenigstens ab ich warte jetzt bis ihr da mal aus dem füß seid ich war so kommen Ach komm, ich hab's noch ganz gehört. Verpiss dich! Komm! Oh, nein! Wer hat denn da jetzt wieder... Scheiße! Nein! Versteh es nicht. Ich versteh es nicht. Du musst einfach zusammen mit den Blasen wechseln. Du brauchst die Blasen nicht. Reicht! Jetzt! Echt? Reicht oder nicht? Ich glaube, du bist genau von der Kante springt. Es reicht zwar eben schon eins weiter, damit ich die scheiß Gebärblase erwische. Es reicht. Au! Ich will dir doch nur ein bisschen Gesellschaft leisten! Dein Dödelchen. Nein! Aber passt zu meiner Zunge. Das hängt mir auch ein bisschen raus. Nimm ihn in den Mund, los! Nimm ihn in den Mund! Ich hab keinen Mund! Ich hab keinen Mund! Ah! Auf jetzt! Geh weg, wir haben hier Erotik! Hau auf! Sorry, Erotik! Hey! Hier können wir klarer sein Düfte. Hier können wir Erotik haben! Ich seh das Gold da oben! Nice try! Ah schon wieder zu knapp. Nein, alle Buckel fehlen. Oh, Schatz. Guten Tag, der Herr. Hallo. Hi. Ich bin sehr weit. Ich geh einfach zum Start zurück, der war nicht. Die Strecke ist so schön. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Ey, ich berühr die da hinten total. Scheiße, ich bin wieder gestürzt. Oh, nee. Da ist ein Spiel geflogen. Was? Da ist ein Spiel geflogen. Oh, ich war so weit. Ich fahr da oben. Nein. Sag mal, ich bin doch da gar nicht dran. Die sind echt mega im Film. Ja. Nein, das war mal der System. Ducken, ducken. Ja, 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 ja. Du bist so, ich bin doch noch nicht mehr. Ja, 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 ja. Du bist so, ich bin doch nicht mehr. Ja, 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 ja. Es ist so, ich glaube, du hast nicht mehr ein bisschen mehr. Blubbt. Aua, nein. Nooo, ey, diese Blubbern sind echt für'n Arsch. Ach, das ist ja auch für'n Arsch. Hä? Ach, komm, ich war ganz weit weg von dieser Flubber. Fuck. Aua. Au, nein. Ich überleg' gar nicht, wem mich durch den Stuhl zu werfen, weil wenn einer von euch stirbt, krieg' ich automatisch den anderen ausgewählt. Ach, Mann. Na, ich darf jetzt mal so versuch'n. Das macht überhaupt keinen Spaß, jemand ist zu ärgern, der draußen los. Okay, okay, okay. Nicht, nein. Teilweise springt er aber auch einfach nicht weit genug. Ja, ich war für mich jetzt ungeduld. Du musst halt wirklich warten, bis deine Kondition komplett voll aufgeladen ist. Was? Manchmal so schnell... Ja, dann kommt die nächste Blubbel. Das kann man doch in einem Zug gar nicht schaffen. Geht doch nicht. Ach, komm, ey, ich war... Das ist ein Affektebums. Ja, ich liebe da. Also bis hierhin geht ja, da musst du voll aufladen. Dann musst du hier rum und... Scheiße. Dann musst du direkt rüber. Aber der nächste ist ja da genauso sozial, da trifft dich ja auch wieder direkt. Und dann eben. So, hier können wir erstmal ausruhen. Hier hatten wir einen Moment Ruhe. Dann muss man rüber und muss direkt den nächsten nehmen. Aber da kommt der... Genau. Okay, geht's. Dann müssen wir die zwei mal abteilen. Jetzt rüber. Dann kommt aber gleich die nächste Scheiße hier. Da oben ist der Checkpoint. Kommt doch immer noch ein Hammervolle drauf. Shit. Ach, nein. Ach, komm. Komm. Ernsthaft. Ich bin gestrollen. Das dauert noch. Nee, nee. Ich mach das kurz zu schmerzlos. Was? Ein Kacklevel, ey. Juhu! Ach nee, ich hab ja noch ne Minute. Ich kann einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Boah, ist das ekelhaft, ey. Wer denkt sich denn so ne Scheiße aus? Okay, ich mag Veganer auch nicht, aber das ist doch asozial. Meine Fresse! Und auch die von anderen Mitbürgern gleichen Alters. Äh, wo ist der Timo hin? Ja, ich bin ausgeflogen. Und warum kommst du nicht wieder rein? Weil ihr mich einladen müsst. Du kannst dich doch selber einladen, oder nicht? Nee. Wie, nee. Wie, nee. Von der Grand Mar 3. Kann dich nicht einladen. Kann ich nicht. Will ich nicht. Geht nicht. Ich erinnere uns mal. Okay. Warum ist der Timo raus? Er ist rausgeflogen. Er macht irgendwas mit Fünününü und Mimimi. Ich hab's nicht genau verstanden. Aber ich muss jetzt auch mal ins Bit. Okay. Ja, vielleicht. Vielleicht machen wir mit, ähm, mit, ähm, Ben und Ed für heute mal Feierabend. Oh, Einwohnerinbogen kommt schon ohne Boden. Nein, nein. Ich glaube es reicht. Wir machen jetzt mal, äh. Server was closed. Ja. Genau. Das machen wir, oder? Äh, ich... Ja. Boah, Alter. Das war lustig. Dieses Spiel macht einerseits tierisch Spaß und macht einerseits dermaßen wahnsinnig. Das ist der Hammer. Ey, Leute. Ihr könnt 4 vor 4. Wir haben 20 nach. Das Spiel macht mich aggressiv, aber ich freu mich drüber. Hat man gar nicht gemerkt, was für gut ist. Boah, Alter. Ich möchte töten, ey. So, Eck machen wir jetzt einen Beruhigungstee und dann, äh, gucken wir mal, was wir jetzt... Ach, es ist ja erst halb 5, da geht ja noch ein bisschen was. Äh, äh... Ich stoße dann wieder dazu, wenn ich ausgeschlafen habe, ne? Da seid ihr dann immer noch dran. Das ist dann 13 Uhr, 14 Uhr, Mann, äh, weißen wir nicht. Ja, ich glaube, ich mach dann auch gleich ein Päuschen. Hm, ja. So. Auf jeden Fall genug Ben und Nett für heute. Hatte die Ehre. Winke, winke. Winke, winke. Und dann haben wir noch mal ein Pästchen. Wir haben jetzt gerade da auch einen Pästchen. Und dann, wir hatten da auch noch ein Pästchen. Und dann, da sind die Pästchen. Und dann, wir sind dann hier auch noch ein Pästchen.